Willkommen zu einer neuen Klein-Session Borderlands 2 Hier so ein Alkohol-Wieserung für Mordekai Und das machen wir gerne So, ich muss mal wieder eine neue Farbe ausdehlen Oh ja, hier ist er schnell War schon immer so schnell Zwei Ob man da durchjumpen kann? Durch das Schild Wo ist denn das Ding hin? Achso, ups, ich dachte jetzt schon was fallen lassen Muss ich den rammen oder was? Ich bin eigentlich doch mit 100 Pro schon getroffen jetzt eigentlich Hä? Wie nehm ich denn da jetzt Alkohol auf? Sie sind hinter dem Alkohol her! Sie dürfen nicht auf die Alkoholkisten schießen! Achso! Achso! Mordekai will noch mehr Rug-Ale in sich reinschütten? Wie damals als wir uns getrennt haben, armer Kerl! Bring mir den Alk und du bekommst meinen treuen Revolver! Grohl und du ihn mit den Alkoholkisten und du den Alkoholkisten und ich bin doch nicht wegzuwunden! Oho! Moxie gib dir Ruby, wenn du ihm einen einbringst Diese F Abi, die dumme Pussy hat Ruby vor Jahren verloren! Und ich hab ihn gefunden! Ohne mich hätte sie das Ding gar nicht mehr Nein, 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 nein! Du bist da! Brin ihn mir! Und du bekommst eins von meinen alten Sniper-Rifles! Schau mal! Hat Moxie die E-Zicht, für wen sie mich verlassen hatte? Für Jack! Ich gewinne einen Underdome! Ich finde es zu... Nein, nein, bring mir lieber Alkohol statt diesem versoffenen Vogelliebhaber! Dann bekommst du ihn! Yeah! Gut, wieder so eine Entscheidungssache. Das heißt, ich werde das wieder auf später verschieben. Wobei die Waffen von Moxie wohl eigentlich ganz geil sein sollen. Ja, da müssten wir auch noch mal hin. Eigentlich habe ich da gar keine Lust auf diese Mission. Aber vielleicht müssen wir irgendwann auch mal abschließen. Ach so, das ist er noch. Ob man die Karre eigentlich irgendwie... Ah, scheinbar nicht. So... Hä, nein, nein, nein! Hm. Hm. Äh! Hm. Äh! Sooo, marschieren wir jetzt erstmal in die Ecke durch. Das einzige was nerven könnte sind die Tresher. Entspann dich mal. Die Kohl lohne ich mir. Ah! 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 Oh wir haben kaum noch eine Mission dafür. Ah! 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 Tolle Wurst. Ah! 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 Verdammt! Hmm... Na wo bleibt das Riesenvieh? Warum liegt denn da schon Kohle rum? Achso, ich hab einen Haufen getroffen, wa? Ja... Vielleicht kam doch sonst hier so ein Riesenvieh raus, oder nicht? Hm... Achso... 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 Ich hab mich auf den Senke da hinten... Ah, verdammt, jetzt müssen wir auch noch den Umweg gehen, weil der Tor zu ist. Ah, verdammt. 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 Das war's für heute. ich bin nicht von denen erwischt werden nein die machen aber auch und ich bin mit stadt ja 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 Ich weiß gar nicht mehr, ob hier noch irgendwie linendes Zeug oder sowas dabei war. Daaaah! Daaaah! Und schon hat sich das gelohnt. Ich glaube, hier wird uns schon mal wieder sehen. Na gut, dann war's das wieder für diese Folge. Spitze, bedanke mich. Bis dann.